Nach Shinnocks Niederlage wurde Reptile von Kotal Kahn ins Erdenreich geschickt, um den Schaden zu begutachten. Dieses Wissen könnte sich in zukünftigen Konflikten als nützlich erweisen. Als er auf eine eingestürzte Höhle stieß, die während der Krise freigelegt wurde, entdeckte Reptile zu seiner Überraschung Raptoren, die daraus zum Vorschein kamen. Im Gegensatz zum Rest seiner Rasse hatten sie das Erdenreich nie verlassen, um den verlorenen Planeten Soterra zu besiedeln. Da Reptile nun nicht mehr allein war, schwor er, bei seinem wiedergefundenen Volk zu bleiben und seine Heimat im Erdenreich zurückzuerobern.